und damit willkommen bei human fall flat hier sehen könnt habe ich hier schon ins kind zurecht gemacht chef koch banyo wir spielen nicht allein seit wir spielen mit jonas hallo du musst darüber und dann dass wir das so ausgleichen dann müssen wir das irgendwie rüber bewegen oder warte warte kann ich nicht man kann es schieben das ist natürlich nicht schlecht was mache ich darf herrklau bewegt sich nur ein charakter bewegt sich nur sehr seltsam aber ist egal ja es ist das problem aber wir ziehen das ganze mal kommen so ankommen so ankommen sehr gut einfach warm das extra was mache ich denn hier chef koch lakon hier muss man sich hier hatte ich habe gehalten glaube ich die ganze zeit den stein feste durch das ding ja mach du mal jetzt muss ich das launch ich lasse nicht kommt kommt drauf nein das ok wir sind es doch nicht laut ich glaube wir brauchen nur sowas was hier an die wand geht das muss ich an die wand rollen glaube ich muss sein damit müssen wir vielleicht dann da hoch ja ja doch jetzt er jetzt schon jetzt perfekt ist das blaue noch der etwas leise mit dem in portland springen wenn ich jetzt hier am zeiger dreh darfst du dich schaffst es diesen sprung zu machen und mir dann die tür zu öffnen oder so war sicher wieso dass das sagt ich sehe jetzt erst mal das sieht natürlich ein bisschen doof aus kombatio ok was wir brauchen das vor hier oben oder wie aber ich kann ja auch machen die tür öffnen erwartet als die tür aufmachen ok dann macht die tür auf dann kann ich das worüber bringen je das ist jetzt drehen die frage ist immer immer so sehr gut ich bin ja dabei hallo du ich nehme das eine ende das ist aber nicht lang genug das müssen wir irgendwo anders noch ein roger klauen hier vielleicht ich habe irgend ich habe gerade irgendein dings freigeschalten was du deshalb habe ich da gehabt geklaut ja die frage ist ob das funktioniert wie wir das dann ist muss ja klar das funktioniert alles ja steckt nein da pass auf jetzt können wir das können wir hier oben rum ja hier oben rum er wirklich ich hasse es so sehr ich hasse alles daran hier fehlt uns ein rohr da oben ist ein rohr ich habe ja ein hebel irgendwie an das rohr ankommen ja warte ich habe ja ein hebel warte mal können wir nicht das wird keinen sinn machen wenn wir müssen dass wir müssen gucken wir müssten wir müssen dieses rote teil da irgendwie runterkriegen das fass die human voll flat profis wo ja da sehe ich uns 100 prozent human voll flat zusammen durchgehen toll jetzt warte mal jetzt wechseln wieder weg schau dir das an die map ist aber glaube ich auch nicht die beste wenn man solche probleme hat wir sind das hinbekommen das ist auch nicht warte und dann kannst du hochlaufen oder nicht ich frage ich so wen will ich denn dieses rohr muss halt nach unten also alles was wir machen müssen ist das rohr unterzukriegen ach da ist ein rohr ah ja warte warte ist ja einfach warte ok dann mach das mal ich guck dir zu ich mach jetzt einfach den hier so und schieben das ein bisschen weiter hin und ich mach wie sie macht jetzt limbo ja ja da ist alles noch weiter ja bist du weiter noch kann mich rausziehen bitte helfen sie mich bin gefahren an ich erwarte hallo eine hand check bitte rette mich check ach so nein 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 danke schön und zwar muss ich jetzt da hin hüpfen viel spaß für fortnight und jetzt bam badabooom und es rollt da hinten runter es rollt da hinten runter alter wir sind echt krass und ich habe fast ein leckes gestorben nein banjo wehe alter so let's go aus den hebel drücken warte gleich 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 haben wir es gleich jaja ich wollte ich gehe mal kurz umbringen ach du scheiße komm ich wieder von oberen ich komme von oberen aber ich habe hier kohle 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 machen wir mit der eigentlich ja das würde mir kurz mal herausfinden müssen ich muss wahrscheinlich wieder das ding hier greben irgendwie da ist ein knopf alter sehr stark gemacht nein ich habe es nicht geschafft ein müssen sich leider um recht erschienen müssen nach rechts verschieben oder wir müssen euch nach rechts verschieben weil da ist nämlich so ein brand irgendwie ich sollte mich vielleicht auf die andere seite stellen nee ist raus kaputt wie schwer ist die kohle kann nämlich halten du bist aus jawohl hauptsache auf mich drauf geschmissen sie gesagt aber saulaut wenn ich mich jetzt wieder aufstellen passiert irgendwas oh guck mal wir können schattenspiel machen hat sich wohl kohle noch ja auch ne aber ey danke für die gruppe ne was ja die kohle ist da jetzt auch das einfach mit 60 hierher gekommen ich hab die kohle delivered was soll ich sagen wir müssen die du musst mal die kohle ich glaube eine reicht und dann müssen wir die hier rein stecken die heiße kohle dann entsteht nämlich dieser steam der uns fehlt und dann können wir glaube ich es wünschen ich glaube das funktioniert ich glaube die kohle hier unten bei diesem loch oder nicht geht aber ganz schön schnell der welt vielleicht muss ich holz nachschmeißen das könnte sein das holz ich hab ne fackel ich denkst alter wie ist das denn passiert ich hab jetzt ne kohle hier anbrennen damit wir haben gerade noch keine kohle ist das problem da brauchen wir mehr als nur einen oder legst mal auf den boden das sieht richtig dumm aus hä 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 und was ist was ist wenn wir den ofen anbrennen müssen jaaa ey macht voll sinn ja ok warte mal ey ich hab was gutes beigetragen jawoll jaaa kriege ich denn jetzt das feuerholz darüber äh auch eine gute frage ich kann mich einfach hier kann mich einfach hier hinstellen und du läufst oder ja ich mach das gegengewicht ah lauf lauf jawoll ok ja 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 brennt brennt ja und jetzt sehr gut und da kommt das team raus ok sehr gut entweder das oder wir müssen ich einfach noch mal zuerst vor den kasten hier zu so Ende im gelände jetzt werde ich mich drüber schleudern Achtung das wird so gut oh das tatsam richtiger skill also hier sind wirklich die human-fall-flat-profis dran dann müssen wir das jetzt hier ah ja perfekt sehr gut nice nix mit zuschweißen hier hm hallo ich bin jesus tanzen achso wir tanzen dann da 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 oh guck mal lass mich sogar von hinten so umarmen warte jetzt sieht es aus als würden wir jetzt einen judo-kampf starten oh nein er hat mich was zuhause body slap oh nein body slap watch out watch out watch out watch out watch out das nächste match nein WAS und ich muss mich anhalten ich muss mich stunten ich werde dich mitnehmen ich muss hinter mir lassen oh du hast dir voll die Fresse getreten ja 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 nein ich lebe ich lebe äh das ist ja richtig fress ja schon Banjo so währenddessen bin ich noch der Typ-Kund der hier blödsinn macht ah let's go Banjo lebt oh was kommt denn da zu mir runter ja ich hab das auslösen gerade in den untergrund befreund deswegen aber ich glaube wir brauchen das für die das Ding da haha haha geil geil das ganze Ding du hast was getan du hast was getan das ganze Ding ist ganz mit geflogen ähh ähm ich nehm's ok warte schieb's hier rüber und ich nehm's hat es funktioniert ich hab's ich kann nicht ich weiß nicht wie ich weiß ich weiß wie ärgerlich ich weiß was ich schiebe es einfach dran vorbei pfeift das ist fast auch zu uns kommt jawohl und jetzt runter mit ihr sehr gut also mal kurz oder muss hier oben noch rätsel ich glaube du kannst jetzt erst mal kommen muss man sagen gut dass ich den jesus ich wurde schon ziemlich oft wieder geboren hallo hallo das ganze ding ist ganz angebrochen wo bist du denn wo bist du ich bin was und bist du da drüben ich weiß es ehrlich gesagt nicht ich weiß ich also hier ist eine leiter wenn du die möchtest aber ich weiß ja dass das andere ding auch einreißen ha 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 und es wird echt nur das ist eine rohr ich habe zwei hier aber wie kriegen wir die an die kette ich weiß es dir vielleicht mal hier drüber das rohr warte setzlos das eingekeilt hallo vielleicht ich brauche irgendwas heißes für die kette aber ich würde jetzt erst mal den hier machen versorgt wir nehmen jetzt erst mal das hier so entschieden ist darüber ja das hätte ich jetzt auch gesagt hat er hat warte wir können hier noch die anderen worten nehmen und zwar das hier weg und das hier ist hier ne wartet das andere das andere passt bestehen so 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 und sagen eine schlicht die hier kriegen wir hier kohle an ihr geht auch hier durch und da kann jetzt ist es vorholen ich bin echt froh dass ich mich nicht so nicht so komplett unnützt bin aber wenn wir durchgekommen ist okay du nimmst das eine bräuchte das andere so gott müssen wir es dann müssen wir es dann komplett miteinander verbinden das ist meine frage ja ich glaube schon so nach da hinten so dann kommt man an der war oder hier wahrscheinlich aber nur ein bisschen gemacht jetzt dass noch sagen wir dass er weiterhin irgendwas zum verlängern aber das ist komisch weil das hat muss an beiden seiten dünn sein ich glaube wir müssen ich glaube wir müssen mit den dingern hier bauen hatte dreh das mal wir das drehen nee und nee warte das mache ich hier ich sehe nicht was machst du denn ja genau so genau so hatte ich jetzt auch gedacht ja und jetzt dieses andere hier da ist ja genau das doch die frage ist halt ob das rein physikalische funktion das ist das jetzt ja doch war doch sehr gut und jetzt und jetzt dreh am hebel am hebel drehen oder vielleicht nee doch nicht warte mal wir müssen die dinger hier drehen wir müssen das hier umdrehen dann kreis bilden das geht nicht da wir zu wenig teile für da wird so wenig teile für sicher dass wir mit so einem mit der strecke mit dem ding hier starten müssen da bin ich mir gar nicht mehr sicher mittlerweile also ich hinterfragen mittlerweile alles die an immer den anderen was wir ihn sozusagen einmal nach hinten verschieben und dann ja wobei das könnte eigentlich gehen das könnte gehen das könnte gehen das wird das hier drehen also so dass es halt da reinpasst naja genau und jetzt wie du auch den hat die hand hinter deinem rücken so hat das wieso ein chef koch genau und jetzt best erhalten ok warte mal mit ein das könnte funktionieren ja 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 das müssen wir drehen nein stoppt es hat schon so gepasst wir müssen das nur drehen dann siehst du da habe ich ja sogar fast recht ja 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 schon aber wir werden die andere hier jetzt muss ich hier einfach dann perfekt wir sind doch nicht so blöd was mein ding erst mal noch drehen let's go meins hat noch ein bisschen probleme ja ich sehe es ja jetzt verlegt es war also das können wir jetzt auch noch hier rein tun so da komme ich angewatscht hier was müssen wir machen ach so dass vor der drüben ist und dort ist muss muss rüber ich mich kann es leider vergessen ja ja man sieht doch schon ganz gut aus wackelig das war aber auch schlecht und jetzt ist einfach ersetzen ist das eigentlich gewollt also so wie es aussieht müssen wir beide fässer hier nehmen um eine treppe zu bauen das glas kaputt machen nein nicht um schubsen sich um schubsen sich um schubsen zu halten wo es immer müssen wir eigentlich hin hoch hoch ja aber dann kommen wir nur hoch wenn wir die warte mal hey kommen wir nicht so auch jetzt hoch lasst es mal so stehen wir haben es einfach ein bisschen weggeschummelt oder ja ganz ehrlich zu dir ich bezweifeln dass ich das schaffe und jetzt geht es in den kran stelle durch auf den kran ich fahr dich rüber bist du dran bis ich halte mich noch fest okay macht wie das aussieht jawohl ich bin drüben saving ja wir sind richtig ja dann schießt sich mal rüber also auf das auf jetzt pass auf so wie es sich wieder ganz viele blaue teile bin ich gut ja ich bin sehr stolz kann ich da hoch zu dem rohr also die rohre brauchen wir hier unten scheiße aber ich weiß es irgendwie erreicht nicht aber so jawohl sehr gut ach so ja ich verstehe was du meinst also das rohr von da oben brauchen wir auf jeden fall sehr stark war dann drüber mit dir das habe ich gesehen das war richtig klasse richtig richtig achte kacke als bestimmt irgendeine anordnung die wir machen müssen wenn ich einfach dass ihr da schon mal hierhin tun jetzt haben wir da oben ist schon auch noch mal da läuft jetzt irgendwas oh gott oh gott da ist der rohre ich seh ich seh ich seh jawohl nein 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 hilfe hast du das noch nein ich glaube nicht ich will auch ich will auch ich will auch ich will auch ach so ich falle hallo juno ist zum start und juno scherzer das ist nicht gut ist nicht gut ist nicht gut das macht spaß alter hat sich ja passiert ich muss ich hänge ich hänge ich hallo ja 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 ich lass los wir schaffen wir ja jesus ja let's go okay richtig krass okay das machen mit dem ding irgendwie nach unten gehen mit dem ding oder 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 ich dachte da wäre das nichts dass da wurde dieser schaffen war ich also ich habe durchaus sehr verarscht gefühlt jetzt mache ich hier ja vielleicht sind welche an ob du bist du allein aber das mittlere ding raus und das kreuz dafür ein schönes ding und jetzt stimmt das teil es läuft schneller oder und jetzt müssen wir uns zum olymp schießen und guck mal das ist richtig geld äh äh what the fuck hast du das kann auch es ist dadurch das kolosseum durch geschossen hast du gesehen wo ich bin nein ich sehe das ist einfach dieses komplette haus abgerissen hat ich komme und das fliege ich lehne mich da so hin ah ja doch da oben hallo 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 da gleich hier habe ich irgendwie hoch geschleudert gewartet hat ich war nicht ich war nicht fange ich ja 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 ich habe ich gefangen was okay ab dafür das was ich gemacht habe jetzt dann müssen wir langslos jetzt rechts lang oder links Nein, wir müssen ausrufen. Nein, stopp! Das ist der Notausgang. Ach, müssen wir hier runterhüften? Ja, das ist der Notausgang, pass auf. Let's go! Achievement! Unterdruck! Alter, richtig Unterdruck. Oh Gott, nein! Das machen wir wann anders. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir wann anders. Ich hab mir grad mein Bein gebrochen. Was passiert hier? Alter!